The Voice of Germany kommt auch 2018 wieder. Und ihr könnt dabei sein. Wir suchen schon jetzt wieder die besten Stimmen für unsere The Voice of Germany Bühne. Bewerbt euch jetzt alle Infos unter thevoiceofgermany.de Kommt zum Scouting. Im Februar in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und München und im März in Köln und Berlin. Vielen Dank.